Die Staatssoziologie ist ein Teilbereich der Soziologie, so wie andere auch, wie die Religionssoziologie, wie die politische Soziologie. Das heißt, es ist eine Bindestrichsoziologie oder eine spezielle Soziologie. So als Vorläufer der Staatssoziologie gilt eigentlich die Sozialökologie, die hat sich entwickelt in den 1920er Jahren bei der berühmten Chicagoer School. Das gilt sozusagen als Vorläufer. Die Klassiker der Soziologie, wenn man zum Beispiel an Georg Simmel denkt, an Robert Park denkt, an Burgers denkt, an Halbwachs denkt, haben sich schon mit Fragen des Raumbezugs, des Stadtbezugs in der Soziologie beschäftigt, diesen wahrgenommen, diesen thematisiert. Allerdings hat man eigentlich viele Jahrzehnte lang die Stadt immer so als Kulisse, als Hintergrund, als Behälter für soziale Handlungen, für soziale Interaktionen betrachtet. Das ist nicht so stark um die Wechselbeziehungen zwischen den Individuen, den sozialen Gruppen und der Stadt, dem Raum gegangen. Und da hat eigentlich ein Umdenken stattgefunden in den letzten Jahrzehnten, wenn man zum Beispiel an Pierre Boudieu denkt, an Lefebvre denkt, an Löff denkt, wo eben diese Wechselbeziehungen zwischen Stadt und Raum stark in den Vordergrund gerückt sind, also diese Interdependenzbeziehungen. Also wie verhält es sich zwischen der Stadt, ihren Vierteln, ihren Bezirken, ihren Quartieren und den individuellen, aber auch den kollektiven Akteuren, also zum Beispiel sozialen Gruppen oder politischen Institutionen. Wenn wir zum Beispiel Zahlenmaterial brauchen, dann bietet sich eben das Referat für Statistik der Stadt Graz besonders an. Das ist sozusagen auch als Empfehlung, weil hier eben laufend die Bevölkerungsstatistiken aktualisiert werden. Und vielleicht nur ein paar Zahlen ganz am Beginn. Der Stichtag ist jetzt der 31.12.2014 und hier leben eben an diesem 31.12.2014 276.526 Personen in Graz. Gleich Einschränkung, das sind nur jene, die in Graz ihren Hauptwohnsitz haben. Also tatsächlich leben in Graz mehr Personen, nämlich jenseits der 300.000, weil es neben nur 23.354 Personen gibt, Männer und Frauen, die in Graz ihren Nebenwohnsitz gemeldet haben. Da gibt es ganz detaillierte Statistiken. Bei diesen Nebenwohnsitzen werden natürlich relativ viele Studierende auch dabei sein, die ihren Hauptwohnsitz noch in ihrer Heimatgemeinde haben. Es gibt einen leichten Frauenüberschuss in Graz, nämlich ungefähr 7.000 Frauen, leben mehr Frauen als Männer in Graz, eben 141.812 Frauen. Die Tendenz ist leicht steigend. Also die Städte Wien, Linz, Graz haben eine Bevölkerungssteigerung zu verzeichnen. Und wenn man den Prognosen bis ins Jahr 2060 glauben will, dann wird sich dieser Trend auch fortsetzen. Was sind jetzt jene Bezirke, die am meisten Zuzug zu verzeichnen haben? Das sind in Buntigam, gefolgt von Straßgang, Liebenau und Gries. Allerdings werden diese Prozente immer von einem Jahr auf das andere gerechnet. Also hier wäre es natürlich spannend, dann auch eine Entwicklung sich anzuschauen, die sich über einen größeren Zeitraum vollzieht. Also Buntigam hat eben einen Zuwachs von über 5%. Das ist einfach ein Zuzug an Bevölkerung. Das hat jetzt noch nichts mit Migrationshintergrund oder nichts zu tun. Wie schaut jetzt die Altersverteilung aus? Also hier gibt es natürlich eine Differenzierung der Wohnbevölkerung nach Alter. Und da gibt es folgendes Bild. Stand ist wieder 2014 bezogen auf die Hauptwohnsitze. Die Statistik der Stadt Graz liefert das Ganze teilreich. Ich habe das jetzt in unterschiedlichen Clustern zusammengefasst. Und man sieht eben, dass 8% der Menschen, die in Graz leben, Hauptwohnsitz wiederum, sind unter 9 Jahre, also Kinder. Dann gibt es 8,8% zwischen 10 und 19. Und dann kommt eine spannende Zahl, nämlich 19,5% der in Graz lebenden, hauptwohnsitzlich gemeldeten Personen sind zwischen 20 und 29 Jahren. Also das ist eine sehr junge Bevölkerungsgruppe. Das führt auch dazu, dass Graz jetzt im Vergleich zu vielen anderen Regionen in westlichen Industriestaaten, was die Bevölkerungspyramide betrifft, nicht diese klassische Urnenform hat, sondern eher eine Tannenform. Also dieser Anteil an 20 bis 29-Jährigen ist hier überproportional groß. Das ist in vielen Studentenstädten einfach der Fall. Also wir haben hier junge Bevölkerung und dann 30 bis 39, 14,8%, 14%, 40 bis 49, 50 bis 59 sind dann 12,6%, 60 bis 69 Jahre 8,8%, 70 bis 79 sind dann 8%, und 80 plus, also das sind sozusagen die Hochaltrigen in einer Stadt, das sind 4,7%. Die Prognosen sagen natürlich, dass wir hier dann auch zunehmend in Graz, wie es der Trend eben für viele westliche Industriestaaten ist, mit einer zunehmenden Überalterung auch zu kämpfen haben werden. Das heißt, dass der Anteil der 60 plus steigen wird und dass der Anteil der 80 plus überproportional steigen wird. Also wir sprechen hier dann von einem doppelten Altern. Also die Bevölkerung altert nicht nur einmal, sondern zweimal im Hinblick auf eben die 80 plus Personen. Das Stichwort in der Soziologie, was hier ganz, ganz wichtig ist, ist das Stichwort Segregation. Das heißt, unter Segregation versteht man am Prozess eine Tendenz zu einer Polarisierung und auch räumlichen Aufteilung von Elementen nach gewissen bestimmten Eigenschaften. Was können jetzt diese Eigenschaften sein? Ja, das könnte zum Beispiel Alter sein. Dass wir in einem Stadtteil, in einem Stadtviertel, in einem Bezirk mehr alte Menschen finden, als es der Durchschnitt für Graz festlegt. Oder das könnte Geschlecht sein. Dass es in einem Stadtviertel, in einem Bezirk zu einem überproportional hohen Anteil von Frauen kommt. Oder es könnte soziales Milieu sein, soziale Schicht sein. Das finden wir eigentlich vor in so klassischen Arbeiterbezirken oder in klassischen Arbeitervierteln. Das heißt, wir haben hier einen überproportional hohen Anteil an Arbeiterfamilien. Oder es könnte eben auch religiöse Zugehörigkeit sein. Oder was natürlich jetzt im Hinblick auf die aktuelle Diskussion vor allem interessant ist, im Hinblick auf ethnische Zugehörigkeiten. Wir finden hier immer einen überproportionalen Anteil in einem bestimmten Bezirk, in einem bestimmten Viertel. Das wären sozusagen Merkmale, wo segregiert werden kann. Was ganz wichtig ist in der Soziologie ist auch, dass man unterscheidet zwischen einer freiwilligen Segregation und einer unfreiwilligen oder passiven Segregation. Was versteht man jetzt darunter? Eine freiwillige Segregation finden wir vor allem bei statusstarken Personen, bei einkommensstarken Personen vor. Die schotten sich ganz bewusst von anderen Bevölkerungsgruppen ab. Klassisches Beispiel, eine Akademikerin zieht in ein Viertel oder zieht in einen Bezirk, wo sie erwartet, dass sie auch auf viele Akademiker und Akademikerinnen trifft. Schauen wir beispielsweise nach Maria Trost. Oder schauen wir dann nach Andritzbereich, Oberandritz oder nach St. Peter, Ruckelberg und so weiter. Hier haben wir es sozusagen um einen aktiven, also es geht um einen aktiven Akt. Bei der passiven oder unfreiwilligen Segregation werden eben ärmere Bevölkerungsschichten praktisch zur Segregation gezwungen. Das heißt, sie können nur in ein Viertel ziehen oder in Teile eines Bezirkes ziehen, wo sie eben beispielsweise die Wohnungspreise sich leisten können. Also das muss man in der Soziologie ganz stark betrachten. Im Hinblick auf Graz gibt es eben schon historisch betrachtet ganz unterschiedlich zusammengesetzte Bezirke. Wir haben vor vielen Jahren einmal sehr intensiv das Ahnenviertel, also das Viertel rund um die Ahnenstraße untersucht und haben hier dann eben auch historische Analysen durchgeführt. Und da zeigt sich, dass das Ahnenviertel historisch betrachtet schon sehr lange ein Teil der sogenannten Murvorstadt war. Und wer lebte jetzt in dieser Murvorstadt? Das waren eher ärmere Bevölkerungsschichten, die in Graz sozusagen Arbeit gefunden haben, die eventuell vom Land in die Stadt gezogen sind. Die Durchreisende waren Händler. Es hat hier auch zu einer Konzentration von Krankenhäusern geführt, die man eigentlich aus der Stadt ein bisschen draußen haben wollte, wenn sie jetzt an die Elisabethinerinnen oder eben an die barmherzigen Brüder denken. Das heißt, es ist historisch dann gewachsen bis ins 19. Jahrhundert. Dann ist es etwas aufgewertet worden, findet eine Durchmischung der Bevölkerung statt und so weiter. Darüber hinaus gibt es also klassische Arbeiterbezirke, die sich meist rund um die damaligen großen Industriebetriebe angesiedelt haben. Wenn man jetzt zum Beispiel an Teile von Eckenberg denkt oder auch an Gösting denkt, als klassischen Arbeiterbezirk. Das ist sozusagen historisch gewachsen. Was jetzt allerdings stattfindet, ist wieder eine Differenzierung, weil eben Teile dieser Bezirke gentrifiziert worden sind. Das heißt, aufgewertet worden sind, wenn Sie an Bereiche zum Beispiel von Lent denken. Zentrifizierung bedeutet eben eine gewisse Aufwertung. Das heißt, die sozioökonomische Struktur eines Stadtteils, eines Stadtviertels verändert sich. Der Begriff ist eben in den 1960er Jahren durch die Stadtssoziologin Ruth Gleiss erstmalig verwendet worden. Und zwar hat sie beobachtet in London, dass in einen typischen Arbeiterbezirk, in einem Arbeiterstadtteil, plötzlich Mittelschichtangehörige hinziehen. Und es dadurch aber auch zu einer Verdrängung der angestammten Bevölkerungsschichten gekommen ist. Warum hat sie das jetzt sozusagen Gentrifizierung genannt? Weil sie hat gesagt, es gibt Analogien zu Vorgängen im 18. Jahrhundert, wo eben Teile des niedrigeren Adels, also der Gentry, wieder von den städtischen Randbezirken in die Innenstadtbezirke gezogen sind und es dadurch zu einer Verdrängung wiedergekommen ist. Es gibt dann meistens so Pioniere dieser Gentrifizierung, also das sind jene, die zuerst mal dorthin ziehen. Und was sind das für Pioniere? Das sind sehr oft Studierende, sind sehr oft Künstler und Künstlerinnen, die zunächst dorthin ziehen. Es entstehen neue soziale Kontakte, neue Nachbarschaftsverhältnisse, eine neue Infrastruktur. Und schließlich steigen dann auch allmählich die Wohnungspreise, also die Preise für das Wohnen und das ganze Gebiet wird sozusagen aufgewertet. In Graz ist es in den letzten zwei Jahrzehnten hauptsächlich im Ländviertel passiert. Also wenn man jetzt sich die Szene um das Kunsthaus herum anschaut, wo es zu einer starken Aufwertung gekommen ist, auch Richtung Ländplatz dann hinauf und ein bisschen nördlich des Ländplatzes noch, wenn man zum Beispiel an die Neubaugasse denkt oder an die Grüne Gasse denkt, wo ein starker Gentrifizierungsprozess stattgefunden hat. Ähnliches wird jetzt eben für das Grießviertel, also rund um den Grießplatz angedacht, beziehungsweise für den Bereich zwischen Grießplatz und schließlich dann Südtiroler Platz. Auch hier haben wir schon solche Gentrifizierungsprozesse. Ob das letztlich auch in Eckenberg gelingen wird, Stichwort Reininghausgründe, das wird abzuwarten sein. Ja. Ja.